Moin Leute, Trimax hier. Das letzte und auch das größte Update in Raft kam raus. Eines meiner absoluten Lieblings-Survival-Games. Wir haben so Bock, das jetzt zu zocken. Dickes Update, viel ist neu. Wir haben Reapers, Hanky, Rumatra, G-Time und ich. Wir sind fünf Leute. Wir brauchen fünf Leute, Taucherausrüstung. Wir brauchen fünf Leute, Metallspeere. Wir brauchen fünf Leute, alles. Das wird lange dauern. Ein Stream, das komplette Spiel durchspielen. Wir fangen von null an. Das macht immer so richtig viel Spaß. Das wird geil. Alle Folgen kommen auf den SecondTry-Kanal. Da wird es eine komplette Playlist geben. Und ich habe jetzt richtig, richtig Bock. Also richtig Bock. Anker ist jetzt entfernt. Wir treiben jetzt wieder. Sehr gut. Let's go. Ich habe einen Ziegel fertig. Wo soll ich den hin tun? Warte, lass uns mal die Ziegel hier aufbauen. Ich habe nämlich auch noch ein paar. Okay, das sind echt viele. Ich habe auch einen platziert. Ihr müsst Plank nochmal platzieren, sonst brennt der Ofen nicht. Das ist nicht so gut. Wir haben nur zwei. Die müssen rund um die Uhr laufen. Was kostet ein Sammelnetz, Rumatra? Weißt du das auswendig? Nagel, Seil und Holz. Nagel, Seil und Holz. Nagel, Seil? Man braucht ein Sammelnetz herzustellen. Alles nur, was treibt. Nichts von der Insel. Korrekt. Das ist sick. Jetzt wird hier erstmal Sand eingeschmolzen, Jungs, weil das hört jetzt hier auf. Die ganze Zeit mit diesen komischen Planken für scheiß Wasser verbrauchen, weil wir können schon längst das Ding machen, was kein Dings braucht hier. Du hast zweimal Dings in einem Satz gesagt. Lass man dann vorher noch das Dings machen, wo man das Dings des Dings beschleunigt. Neue Wasserstation ist gelernt. So, und was kostet das Ding? Ist das sehr teuer? Mal gucken. Vier Glas. Pff, das ist viel. Ich habe Sand ganz viel, die haben gegeben. Ja, ich bin gerade das am Einschmelzen schon. Da brauchen wir vier Glas. Also wir sollten erstmal zwei Reiniger jetzt am besten machen, damit das hier mit dem Brennen aufhört, weil dann verschwenden wir unnötig Holz die ganze Zeit. Das ist ein sehr guter Call. Den nehmen wir. Treiben wir die ganze Zeit noch gut? Ja. Oh, richtig gut. Holy shit. Ich gucke einmal hin. Das ist ja Wahnsinn, was da alles kommt. Der Ziegel ist fährt. Der Ziegel ist trocken. Ist so ein Trinken nicht vergessen. Ja, stimmt. Trinken erstmal wieder. Alles klar. Ich habe 41 Planken und 25 Seil. Halt's Maul. Das ist ja mal geil. Die Öfen brennen nicht. Da fehlen immer Planken. Sehr gut. G-Tam hat das erste Glas Ding gebaut. Das ist stark. Es war ziemlich turbo krass insane im Weg. Kann man das wieder woanders hinpacken, ne? Ja, kann man, kann man, kann man. Hat jemand noch einen Sand? Ich habe einen Sand, ja. Ich tue es in die Trade-Kiste. Ich habe dir all meinen Sand gegeben, leider. Einen Sand ist in der Trade-Kiste. Ja, dann können wir gleich noch einen zweiten machen. Die reichen ja erstmal zwei. Okay, das ist geil. High kommt nervig. Ja, ich brauche auch Seile, Jungs. Das kann nicht sein. Seilplanken. Ich kriege nichts zusammen. Ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir alles in Netze stecken, oder? Ja, dann sammeln wir umso mehr, ne? Ja, stimmt auch. So, jetzt habe ich das. Jetzt kommen wir hier auch mal voran. Das ist hier genug Platz. Ich packe das jetzt hier hin. Boom. Das erste große Anbaufeld ist da. Jetzt auf jeder Insel immer die Bäume fällen. Das gibt ganz viele Planken und Palmblätter. Was ist mit all den Ziegelsteinen? Wir hatten noch ganz betrottene Ziegelsteine. Was haben wir damit gemacht? G-Time, was ist damit passiert? Brauche ich einen Kufferbarn her, Alter. Ziegelsteine habe ich im Inventar. Lass doch noch einen Ofen bauen. Wir brauchen noch ultra viel Brennen. Ja, wir sollten auch hier die Ressourcen noch gleich farmen. Eisen und so mitnehmen, Leute. Hier ist haufenweise, guck mal, wie viel hier im Wasserdreck liegt, wo wir sind. Das weiß ich doch. Okay, dann jetzt Timerstellen. Vier Minuten. Turbo-Farmen. Alle springen rein. Scheiß auf den Hall. Vier Minuten. Scheiß auf den Hall. Wenn wir alle farmen, der kann uns nicht alle ertöten. Doch. Er kommt auch schon. Digga, der Metallhaken. Ich hoffe, ihr habt alle einen Metallhaken, ne? Ja, hab ich nicht. Der farmt so dumm schnell. Eine Sekunde braucht der. Man kann so schnell farmen. Bro, Max, der High kommt zu dir. Ich habe schon ganz viel kassiert. Er darf nicht zu mir kommen. Oh mein Gott, ich bin One-Shot. Komm dir zur Hilfe. Töte der mich mit einem Biss? Flossen sind so geil. Okay, ich bin auf dem Floß. Das ist aber gut. Guter Run. Alright. 40 Sekunden noch. Ja, ich sterbe jetzt. Wollen wir ab? Ja, ja. Ein bisschen Anker oder was? Das war gut. Der Run war insane, Leute. Große Props. Das war richtig gut. Also nur zur Info. Einen Ofen braucht sechs Ziegelsteine. Also der ist insane teuer. Wie viel haben wir? Ich habe 15. Ich kann noch zwei Öfen bauen gleich. Hat jemand noch Planken für mich? Ich brauche haufenweise Planken. Ja, habe ich. Leute, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut, was wir hier machen. Wir sollten auch gleich mal anfangen, das Boot ein bisschen richtig zu bauen mit Dings. Dings gefällt mir wieder. Mit so einem Gebäude. Weil da kannst du ja die Öfen machen, dass sie übereinander gestapelt sind drinnen. Wir hatten das Ziegel eingestellt. Ja, ja, das mache ich alles. Aber wir haben halt keine, also wirklich, das geht halt, wir haben halt keine Ressourcen. Ja, weil du auf den KK gegangen bist. Wir hätten schon lange fahren können. Mein S ist gekommen. Mein S ist gekommen. Oh Mann, no. Ich bin jetzt so zu viel gewissen. Essen darf nicht, während wir Raft spielen wollen. Ja, wir haben gesagt, 48 Stunden ohne Essen. Reichtbar. Hier stehen jetzt vier Öfen. Jetzt brauchen wir on-mask Planken. Ey, Bruder, ich bin so am Planken die ganze Zeit. Ihr habt gerade die ganze Zeit rumgejammert, hier, wir brauchen mehr Öfen, wir brauchen hier das, wir brauchen die. Jetzt ist alles da. Essen ist gut, trinken ist gut. Das Geilste ist einfach, dass der Essen und Durstbalken voll ist. Das ist das wirklich Allerwichtigste. Ja, das ist so chillig. Alter, ah, mal die Fässer vor uns. Oh Gott, das wird ja geil. Junge, was geht da ab, Alter? Ich will noch mehr Schmelzöfen haben, das reicht mir nicht. Oh, das ist echt teuer. Wir brauchen gleich neben den Öfen, brauchen wir noch eine Kiste. Wir können gleich noch einen weiteren bauen. Wo wir die verarbeiteten Erze reinballern. Wir haben ja noch keine größere Kiste, das wundert mich. Was muss man dafür machen, die zu erforschen? Habt ihr gelernt? Großes Lager. Acht Planken brauche ich, dann könnte ich eine bauen. Wie lernst du die Sachen? Planken bei mir, Max? Ich baue eine große Kiste. Wohin? Hier wieder in die Mitte von uns? Pack die mal rechts neben die Öfen. Da packen wir alle rohe Erze und auch bearbeitete Dinger rein. Neben die Öfen. Am besten hier neben das, wo ich stehe. Aber hier müssen dann noch Planken gebaut werden. Nicht, dass der Heil das frisst. Warte, dann mache ich es hier hin, dass er das nicht fressen kann. Zack. Ja, perfekt. Ich will, dass ihr aus euren Muchtkisten alle Erze in diese Big-Kiste tut. Lager, was habe ich? Acht Kupfer, lol. Fünf Metall. Aber ich will auch mir Metallsachen herstellen. Ich hatte bisher erst zwei Metall bekommen über den gesamten Tag. Dann lass aber auch alles absprechen, was wir machen. Da kann jetzt nicht einfach jemand rangehen und sich sieben Metall nehmen und irgendwie Netze oder so bauen. Okay? Okay. Dann wollen wir langsam einen Netzwerfer bauen. Dann können wir hier Tiere auch bei uns drauf haben, um Eier und Milch zu haben. Finde ich eine gute Idee. Wir müssten aber auch unser Schiff eigentlich mal ordentlich ausbauen. Mhm. Nehmen wir. Damit wir einfach mehr Netze haben, mehr Stuff kriegen. Ja, mach ich gleich. Ich habe gerade innerhalb von zwei Minuten eine ganze Bitterstücklung. Das demotiviert mich richtig, wenn ich höre, wie du die ganze Zeit am Essen bist. Du weißt gar nicht, wie Hunger ich habe. Der hat ja meinen Magen knurrt extrem. Und ich habe auch nicht mal Zeit, mir einen Waifu zu holen. So doll will ich zocken. Verstehst du das? Der erste Baum ist fertig. Eine Planke, zwei Palmenblatt. Eine Planke, zwei Planken. Noch eine Planke. Dumme Sau, greift an. Dumme Sau. Die töten wir jetzt. Die töten wir. Rot. Hinterher. Ne, ist nicht tot. Oh, der sah tot aus. Der sah echt tot aus, ne? Der kommt, der kommt, der kommt. Aber lass ihn jetzt nicht töten. Lass ihn lieber auf der Insel töten. Lieber auf der Insel töten. Nicht jetzt. Der ist One-Shot. Der ist One-Shot. Easy, easy. Ey, große Insel voraus. Ne, hier ist noch was. Ganz große Insel voraus. Ich sehe die gar nicht. Na, du isst. Deswegen. So, das wollte ich auch sagen. Geil. Das ist echt eine Rieseninsel. Nächster Ofen steht. Wir haben fünf. Wir haben noch Sand zum Brennen. Geil. Das ist halt super. Ich habe noch Sand. Packe ich hier mit rein. Ich werbe das alles einfach in Mülleimer. Also ich werbe das einfach alles ins Wasser. Das werden wir lieber aufstellen. Haben wir eine Materialkiste somewhere? Noch nicht. Ich habe Arsch die Materialien. Habt ihr so ein Ding, wo man einen Schrott reingetan hat und da hat man da irgendwas krasses rausbekommen, wenn man Glück hat? Ich glaube, es gibt Mülleimer, aber ich weiß nicht, ob du da was rausbekommst, wenn du den benutzt. Aber wir können rein theoretisch Mülleimer bauen, wo wir alles reinwerfen. Wäre gut für die Umwelt, aber mir ist eigentlich scheißegal, die Umwelt hier im Game. Ich finde es auch gut, dass wir das hier einfach so wegschmeißen. So, so langsam kann ich mal hier eine Riesenplantage mal langsam bauen, die dann auch irgendwann vollautomatisch bewässert wird. Können wir mal den Anker bauen, den man immer wieder reinholen kann? Kann ich machen, ja. Das ist doch mal ein Call. Ich baue eine Kiste. Wo soll die Materialkiste hin? Hier einfach ins Dings, ne? Hinter die Netze. Hier ist eine Materialkiste. Ja, Max hat, Max hat. Anker bitte werfen, wenn möglich. Passt mal auf, das wäre ein Schwein. What the fuck? Habt ihr so schnell geschlachtet, das hat keiner gesehen, Alter. Ich habe mir voll mitgemacht. Ich habe ihnen sieben Hits gegeben. Weiter geht's. Alright. Hier ist eine scheiß, äh... Ähm, was ist das? Eine Ziege. Ja? Oh, ihr heißt tot. Jetzt schnell ins Wasser, ne? Egal, was ihr gerade macht, geht jetzt schnell ins Wasser. Ja, ja, alle ins Wasser. Einen Eisen müsst ihr ohne Ende holen. Hier ist ein Pufferfisch. Hier ist ein Pufferfisch. Direkt bei mir. Reapers, bitte. Was heißt bei mir? Ich weiß doch gar nicht, wo du bist, bro. Unter dem Floß, unter dem Floß, unter dem Floß. Der Agro auf mir. Okay, komm mal, geht einfach weg. Einfach weg, einfach weg gehen. Nicht... Der schützt hinterher, der schützt hinterher. Warte, ich muss auch den töten bei mir. Siehst du das? Siehst du das, wie der Agro hat? Ist hier direkt am Floß, direkt unter uns jetzt. Du darfst nicht zu dicht an ihn ran, dann explodiert der, ne? Reapers? Ja, ich kämpfe gerade auch gegen einen. Okay, das ist geil. Wenn du einen fängst, dann können wir ein Tier fangen für immer. Wo bist du? Bist du noch da, Max? Bist du noch da, Max? Okay, ich habe einen dead. Sehr gut. Hast du seine Ressource bekommen? Explosiver. Oh mein Gott, ja, du bist der Beste. Du weißt, glaube ich, nicht, wie stark das ist. Aber könnt ihr denn schon eine Gehege bauen? Ich habe sogar den Kugelfischkopf. Wie ziehe ich den denn auf? Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich habe Trimax-Cosplay gemacht. Ihr seid auch so kacke aus. Ich bin überhaupt nicht ich. Ihr seid irgendwie ein Luser mit einem Kugelfisch auf dem Kopf. Der ist giftig, betötet euch. Der ist giftig, ihr seid einfach beide tot. Oh, ich muss unbedingt eine Schaufel bauen. Das wäre ganz groß. Hier ist irgendwo Schmutz auf der Insel Erde. Das ist kein Sand, es gibt auch noch Erde. Das ist was anderes. Schaufel, hab alles. Kocht man einen explosiven Schleim? Weiß ich gar nicht. Ja, ja, kocht man. Oh mein Gott, ich habe was ganz Starkes. Fernglas ist nicht so gut, aber das andere? Sauerstoffflasche. Oh ja, das ist wieder strong. Aber dafür brauchen wir jetzt nochmal viel Glibber. Wie läuft das? Jeder, jeder kann das bauen. Einer, Alter, okay. Ich will eine leere Flasche können. Das ist doch viel heftiger. Können wir. Können wir, können wir, können wir. Ja, das braucht vier Glibber. Ich brauche auch welche. Ich brauche als erstes eine, weil ich bin der Farmer, okay? Ich brauche ganz viel Wasser immer. Du weißt gar nicht, wie viel Krampf das ist, mit einer fucking Tasse das alles zu machen. Schade, dass wir kein Holz haben. Überhaupt nicht, Alter, das bricht nicht. Kann man so wenig Holz haben wie wir. Das wird später viel, wenn ich die Bäume anpflanze. Das wird noch deutlich geiler werden. Dann nehmen wir auf einer Insel nicht nur die Planken mit, sondern man kriegt ja auch immer dann halt Samen von den Bäumen und dann kann ich daraus nochmal ganz viele neue Planken machen. Checkste? Das wird dann geil. Also, ich habe explosives Pulver. Gehe besser voraussichtlich damit um. Soll ich das erforschen einmal? Ja, ja, safe, safe, safe. Wo sind hier viele Bäume? Das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Ich habe gerade tausend von tausend Spaß. Kein Witz. Für mich ist das nochmal viel extremer, ihr Idioten. Ich konnte sechs Wochen nicht zocken. Nur Mobile Games. Ich spiele das erste Mal gerade wieder ein Spiel. Und dann ist es auch noch das Raft-Update. Ich bin auch gespannt, Alter. Ich will die Story-Dinger machen. Die catchen mich. Habt ihr den Schmutz erforscht? Erfalsch. Den Netzwerfer? Ich habe einen Netzkanister. Oder die Munition? Das habe ich jetzt. Die Munition. Das war gerade, wo du es gesagt hast, habe ich es gelernt. So, geil. Bau das und fang die Ziege. Aber das ist nur der Netzkanister, nicht die Waffe. Ich glaube, den Netzwerfer können wir schon bauen. Ach komm, können wir schon. Können wir schon. Krass. Okay, da brauche ich Schrott. Haben wir Schrott? Metall und Bolzen haben wir eigentlich. Ich habe 30 Schrott. 30 Schrott habe ich. Ja, das reicht ja völlig, Alter. Das ist wieder Wahnsinnig. Wirklich genial. Ihr checkt, glaube ich, nicht, dass ich 58 Planken habe, weil ich einfach eine Million Bäume gefarmt habe. Und die ist noch Kugelfisch. Hanky bräuchte dringend auch Pfeil und Bogen. Der findet auch ab und zu Kugelfische, wenn die ganze Zeit unter Wasser ist. Weil jedes Mal, wenn du einen Kugelfisch tötest, können wir, glaube ich, eine Ziege fangen. Und die bringt uns regelmäßig immer wieder Milch und Fell für eine geile Rüstung. Oder den Dodo töten für Eier. Das ist echt alles geil. Braucht euch nochmal eine neue Axt. Ich brauche vier Glibber und Metall bräuchte ich. Wäre schon sehr wichtig. Ich brauche den Schrott für den Netzwerfer. Pranken, Panken, Hanken, Panken ist nicht hier. Du kannst sonst zu mir kommen, hier ist eh noch Pufferfisch. Wir brauchen Holz, die Öfen sind leer. Habt ihr noch Holz auf Tasche, Jungs? Max hat noch Holz. Ich habe Holz, aber ich bin jetzt gerade ganz, ganz oben angekommen. Jetzt gerade. Ich bin so doll hier oben. Oh mein Gott, hier ist sogar noch ein Schatz. Nein, ich kann nicht aufsammeln. Oh, da ist direkt Glibber drin, wie cool. Da ist ein Metallspeer, ich habe keinen Speer. Und hier ist einfach so ein Metallspeer in der Schatzkiste. Das ist strong. Ich habe keinen Speer und da ist ein Metallspeer drin. Komm zurück. Ja, da ist der scheiß Hai. Können wir den einmal töten? Wo ist er? Ja, das dauert eh. Wie will ich den jetzt töten? Das dauert sehr lange. Das würde zu lange dauern. Wir müssen auch wieder losfahren dann. Ja. Das war schon sehr gut bis hierhin. Also richtig gut. Der hat Big Hits schon bekommen. Ich habe Mangosamen. Kann irgendwer was damit anfangen? Ja, die Samenkiste. Die sind super stark. Mango und Palmsamen ist das stärkste von den Samen. Ich brauche Holz, Mann. Bitte, Max, komm mal her mit dem Holz jetzt. Ich komme, ich komme. Komm, 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 hier. Drei. Geh an und mach die full mal, Max. Ich möchte aber erst sagen, dass ich 69 Holz habe. Der Hai ist super low. Kann irgendwer noch mithelfen hier bei mir? 69 Holz? Ganz dringend jetzt mal Holz, Leute. Ich dreh sonst durch. Hörst du mich, G-Time? Du platzierst es aber nicht. Du redest nur und willst Sachen hören. Ich platzierst alle, alle Planken sind drinnen. In den Öfen, ne? Ach, hier auch noch, okay. Ich tu 20 Holz hier einmal rein. Boah, ich bin im Gedodged mit Flossen. Der ist tot. Ja, danke. Ey, das wird gleich so geil. Wenn wir wieder losfahren, ist gleich einfach party hart. Ich brauche ganz dringend Glibber. Das sage ich jetzt schon seit langer Zeit. Wofür brauchst du Glibber? Für die Flasche. Sonst, ich muss das Essen herstellen. Okay, Team, bei mir. Die alle, die sich bei mir melden, kriegen eine Belohnung. Die müssen jetzt alle zu mir kommen. Wer zuerst, kommt mal zuerst. Bin da, bin da, bin da, bin da. Das bist du nicht. So, du kriegst die erste Belohnung. Belohnung für dich. Und da ist eine Belohnung für dich, weil du der zweite bist. Oh mein Gott, das ist stark. Wir haben das Bett abgebaut. Wo ist das Bett? Ich brauche ein Bett. Der Mann muss schlafen. Das muss Rumatra gewesen sein. Wer baut Betten ab hier? Ich muss schlafen, schnell. Wo ist denn das Bett? Ich verdurste. Was ist bei dir, Rumatra? Was ist bei dir im Mund? Wieso, wo ist denn das Bett hin? Rumatra, was hast du im Mund? Wer isst wieder? Er baut das Bett ab und isst. Wieso isst du? Wie kannst du seit fünf Stunden essen? Ne, jetzt sag mal ehrlich, Rumatra. Das muss sich ganz doll lohnen. Was isst du? Es lohnt sich ganz doll. Ich habe 44 Schrott, lege ich in die Kiste. Wow, das ist krank. Ich habe 48 Seetank, 20 Ton, 6 Kupfer, 5 Viertel und 6 Sand. Und 3 Silbereilgen. Boom. Das sind auch nochmal sehr fett. Silbereilgen, hä? Die habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Plastik würde mich richtig freuen, tatsächlich. Netzwerfer und Netzkanister. Einer kann sich die Sauerstoffflasche bauen, ne? Ich würde sagen, wir bauen Hanky jetzt eine Sauerstoffflasche, weil der farmt insane heftig an den Inseln. Dann gib mir mal drei Glibber, dann mache ich ihnen das. Wir haben doch hier ganz viel drin. Wir brauchen gefühlt mehr Öfen. Wir brauchen Planke und Seilen, alles. Jemand hat das Trink nicht nachgefüllt? Zweimal Trink nicht nachgefüllt. Zweimal möchte ich euch vorheben. Hanky, in meiner Samenkiste ist deine Sauerstoffflasche. Nice, danke. Nimm sie dir. Damit kannst du so tief. Du brauchst einen Haken, Flossen und die Dings. Dann ist Ende. Das nächste, wenn wir an der Insel sind, holt er da einfach 7000 Metall raus. Ach, ist schon voll, okay. Oh, wer nimmt hier raus und tut nicht neu rein? Die Öfen mussten die ganze Zeit laufen. Ja, ich mache. Ich musste kurz holen. Okay. Ich brauche eine neue Axt. Kunststoff brauche ich und Seil. Kann man auch reparieren, ne? Doch, klar. Klar kannst du reparieren. Meine Planken sind weg. Ich hatte 70 Planken. Wo sind die denn? What the fuck? 70 Planken sind weg. Ich habe nichts. So viel fressen die Öfen. Wusstet ihr das? Kann jemand in der Axt mal ganz kurz meinen Baum hier machen? Meinen Baum hier einmal abernten. Ich brauche zwei Planken daraus. Ich brauche deinen Baum ab, Max. Ja, für zwei Planken bräuchte ich daraus. Kann ich einen neuen machen. Wir brauchen unbedingt eine riesige Plankenfarm. Was brauchst du? Zwei Planken. Wir müssen mal fünf Minuten einfach fahren und wir hätten alle Planken. Ja, genau. Aber auch in die richtige Richtung. Sehr gut, danke. Mach das mal, Rumaß, dass wir genau in die richtige Richtung fahren.